Ich bin Marcel Wintersteller, mein Gamertag ist Player 45 und ich bin der In-Game Leader für Volvo. Mein Name ist Fulkan Güvensch, mein Gamertag ist Arnon und ich bin der Entry-Förger für Wallraven eSports. Mein Name ist Khan Shahin, mein Gamertag ist Deluxe und ich bin der In-Game Leader für Wallraven eSports. Mein Name ist André Goetz, auch bekannt als Claudi und ich bin Flexspieler von Wallraven eSports. Ich bin Nicolas Braun, aka Volto. Ich spiele eigentlich alles das, was mal gebraucht wird und das ganze für Wallraven eSports. Ich bin Marcel Wintersteller, mein Magister der In-Game